Modelltest 3 Teil 1 Sie hören nun fünf kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie zwei Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie zehn Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Und nun, verehrte Zuhörer, geben wir Ihnen einen Überblick über die Veranstaltungen in Bad Bellingen vom 4. bis zum 15. März. Freitag, 4. März, 7 Uhr. Vogelwelt im Kurpark. Ein morgendlicher Spaziergang mit Karl-Heinz Dubert. Dauer ca. 1,5 Stunden. Treffpunkt am Weiher. Montag, 7. März und Samstag, 12. März, 19 Uhr. Martinas Kreativstunde im Mahlhäusle. Frühlingsdekorationen aus Papier und Pappmaché. Anmeldung erforderlich bei Martina Gemb. Telefon 07635 8215 22. Ich wiederhole. 07635 8215 22. Mittwoch, 9. und Dienstag, 15. März, 19 Uhr. Singen und Tanzen unter der Leitung von Erwin Bornemann mit dem Trio Spätlese. Teilnahme frei. Kurhaus. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Und nun, verehrte Zuhörer, geben wir Ihnen einen Überblick über die Veranstaltungen in Bad Bellingen vom 4. bis zum 15. März. Freitag, 4. März, 7 Uhr. Vogelwelt im Kurpark. Ein morgendlicher Spaziergang mit Karl-Heinz Dubert. Dauer ca. 1,5 Stunden. Treffpunkt am Weiher. Montag, 7. März und Samstag, 12. März, 19 Uhr. Martinas Kreativstunde im Mahlhäusle. Frühlingsdekorationen aus Papier und Pappmaché. Anmeldung erforderlich bei Martina Gemb. Telefon 07635 8215 22. Ich wiederhole. 07635 8215 22. Mittwoch, 9. und Dienstag, 15. März, 19 Uhr. Singen und Tanzen unter der Leitung von Erwin Bornemann mit dem Trio Spätlese. Teilnahme frei. Kurhaus. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage auf dem Flughafen. Achtung, Achtung! Passagiere des Lufthansa-Fluges LH 539 nach München werden gebeten, nicht am Schalter 53, sondern am Schalter 45 einzuchecken. Ich wiederhole. Check-in für die Passagiere nach München, Flugnummer LH 539 am Schalter 45. Ebenfalls geben wir die verspätete Ankunft der EasyJet aus London, Flugnummer 215 bekannt. Wegen Nebels wird die Maschine voraussichtlich mit zwei Stunden Verspätung um 19.45 Uhr landen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Achtung, Achtung! Passagiere des Lufthansa-Fluges LH 539 nach München werden gebeten, nicht am Schalter 53, sondern am Schalter 45 einzuchecken. Ich wiederhole. Check-in für die Passagiere nach München, Flugnummer LH 539 am Schalter 45. Ebenfalls geben wir die verspätete Ankunft der EasyJet aus London, Flugnummer 215 bekannt. Wegen Nebels wird die Maschine voraussichtlich mit zwei Stunden Verspätung um 19.45 Uhr landen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie zehn Sekunden Zeit. Das Deutsche gern zum Doktor gehen ist bereits bekannt. Glaubt man aber der Untersuchung der OECD, sitzen Japaner und Ungarn noch lieber im Wartezimmer einer Arztpraxis. Ein Japaner braucht mindestens einmal im Monat medizinischen Rat. Einem Ungarn reicht statistisch gesehen ein Besuch alle sechs Wochen. Deutsche melden sich im Durchschnitt alle zwei Monate zu einem Arzttermin an. Mit dieser Nachricht, verehrte Hörer, beenden wir nun unseren wöchentlichen Gesundheitsspiegel und wünschen Ihnen Gesundheit und Wohlbefinden bis zum nächsten Mal. Das Deutsche gern zum Doktor gehen ist bereits bekannt. Glaubt man aber der Untersuchung der OECD, sitzen Japaner und Ungarn noch lieber im Wartezimmer einer Arztpraxis. Ein Japaner braucht mindestens einmal im Monat medizinischen Rat. Einem Ungarn reicht statistisch gesehen ein Besuch alle sechs Wochen. Deutsche melden sich im Durchschnitt alle zwei Monate zu einem Arzttermin an. Mit dieser Nachricht, verehrte Hörer, beenden wir nun unseren wöchentlichen Gesundheitsspiegel und wünschen Ihnen Gesundheit und Wohlbefinden bis zum nächsten Mal. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören Veranstaltungstipps im Radio. Heute in unserer Sendung geben wir, wie jede Woche, Tipps für unsere Zuhörer, die mal wieder ins Kino gehen möchten. Freitag, 28.10., 15.45 Uhr im Cinemax am Potsdamer Platz läuft Another Year von Mike Lee, Oscar-nominiert für das Beste Drehbuch. Auch in der Abendvorstellung um 20.30 Uhr. Am Samstag, 29.10., drei Vorstellungszeiten für The Green Hornet, ein Action-Comic in 3D. Um 10.45 Uhr, 16.45 Uhr und 19.45 Uhr im Plaza am Breitscheidplatz. Versäumen Sie am Sonntag, den 30.10. nicht das mitreißende Epos Poll von Chris Kraus, ausgezeichnet mit dem Bayerischen Filmpreis. Vorstellungsbeginn um 15.15 Uhr, 18.00 Uhr und 20.25 Uhr im Roxy am Fair-Berliner Platz. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Heute in unserer Sendung geben wir, wie jede Woche, Tipps für unsere Zuhörer, die mal wieder ins Kino gehen möchten. Freitag, 28.10., 15.45 Uhr im Cinemax am Potsdamer Platz läuft Another Year von Mike Lee, Oscar-nominiert für das Beste Drehbuch. Auch in der Abendvorstellung um 20.30 Uhr. Am Samstag, 29.10., drei Vorstellungszeiten für The Green Hornet, ein Action-Comic in 3D. Um 10.45 Uhr, 16.45 Uhr und 19.45 Uhr im Plaza am Breitscheidplatz. Versäumen Sie am Sonntag, den 30.10., nicht das mitreißende Epos Poll von Chris Kraus, ausgezeichnet mit dem Bayerischen Filmpreis. Vorstellungsbeginn um 15.15 Uhr, 18.00 Uhr und 20.25 Uhr im Roxy am Fair-Berliner Platz. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine automatische Telefonauskunft. Hier Zahnarztpraxis Dr. Mannheim. Die Praxis ist zurzeit wegen der Sommerpause geschlossen. Sprechzeiten ab 1.09., montags bis donnerstags von 17.00 Uhr bis 21.30 Uhr. Freitags und samstags geschlossen. Termine nur nach telefonischer Vereinbarung. Im Notfall wählen Sie 041-63-781. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hier Zahnarztpraxis Dr. Mannheim. Die Praxis ist zurzeit wegen der Sommerpause geschlossen. Sprechzeiten ab 1.09., montags bis donnerstags von 17.00 Uhr bis 21.30 Uhr. Freitags und samstags geschlossen. Termine nur nach telefonischer Vereinbarung. Im Notfall wählen Sie 041-63-781. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Hören Sie nun noch eine Information, die besonders für Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler interessant ist. Klasse unterwegs. So heißt das Schulprojekt der DB Regio AG. Abgestimmt auf die Jahrgangsstufen 5 bis 12 und passend zu allen Unterrichtsfächern, bietet die DB Regio AG ein abwechslungsreiches Programm für eintägige Klassenausflüge. Lernen an spannenden Orten. Das ist die Idee, die dahinter steckt. Darüber freuen sich nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Klassenkasse. Denn mit dem preisgünstigen Brandenburg-Berlin-Ticket sind zum Beispiel 5 Personen schon für 27 Euro einen Tag im Nahverkehr der Deutschen Bahn unterwegs. Informationen unter www.bahn.de slash klasse minus unterwegs oder Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr unter 0800 77 55 800. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hören Sie nun noch eine Information, die besonders für Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler interessant ist. Klasse unterwegs – so heißt das Schulprojekt der DB Regio AG. Abgestimmt auf die Jahrgangsstufen 5 bis 12 und passend zu allen Unterrichtsfächern, bietet die DB Regio AG ein abwechslungsreiches Programm für eintägige Klassenausflüge. Lernen an spannenden Orten – das ist die Idee, die dahinter steckt. Darüber freuen sich nicht nur Schülerinnen und Schüler, sondern auch die Klassenkasse. Denn mit dem preisgünstigen Brandenburg-Berlin-Ticket sind zum Beispiel 5 Personen schon für 27 Euro einen Tag im Nahverkehr der Deutschen Bahn unterwegs. Informationen unter www.bahn.de slash klasse minus unterwegs oder Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr unter 0800 77 55 800. Teil 2 Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie 5 Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Sie nehmen an einer Besichtigung des Stadions Bergisel teil. Guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Ihrem Besuch des Bergisel-Stadions nahe Innsbruck. Seinen Namen hat das Stadion nach dem 746 Meter hohen Hügel Bergisel, der südlich von Innsbruck liegt. Die Skisprungsstätte mit olympischer Vergangenheit und seiner modernen Architektur wird Sie sicher faszinieren. Star-Architektin Zaha Hadid als erste Frau und Muslimin mit dem Britzka-Architekturpreis 2004 ausgezeichnet, hat hier einen bemerkenswerten Ort für den Hochleistungssport entworfen. Übrigens hatte sie auch eine Gastprofessur an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Nun, Sie können sich gleich selbst von der eindrucksvollen Architektur überzeugen. Vorher möchte ich noch ein paar wichtige Daten der Geschichte erwähnen. Zum Beispiel, dass in den Jahren 1964 und 1976, damals war der Star der bundesdeutschen Mannschaft Rosi Mittermeier, hier in Innsbruck die olympischen Winterspiele stattgefunden haben. 2008 war das Bergisel-Stadion Fanzone von Innsbruck bei der Fußball-Europameisterschaft. Bis zu 15.000 Personen verfolgten die Fußballspiele auf einer 80 Quadratmeter großen Videowand. Leider aber gab es nicht immer nur erfolgreiche oder unterhaltsame Veranstaltungen. Bis zum Jahr 1999 war der Bergisel auch Veranstaltungsort für das Snowboard-Spektakel Air in Style. Da es zu einem Unglück und nachfolgender Massenpanik kam, bei dem es fünf Tote und fünf Schwerverletzte gab, wurde dieses Festival aber aufgegeben. Im Januar 2012 hat hier, von der Presse allerdings nicht besonders gewürdigt, die erste Jugend-Winter-Olympiade stattgefunden. Bei der Eröffnungsfeier dieser ersten Jugendspiele marschierten 1059 Athleten und Athletinnen aus 67 Nationen ein. Das olympische Feuer wurde symbolisch dreimal entzündet für die drei in Innsbruck stattgefundenen Winter-Olympiaden. So, ich führe Sie zunächst an 14 Tafeln mit Informationen über die Skisprungschanze und das Skispringen vorbei. Anschließend fahren wir mit dem Aufzug zum Turm. Das dauert etwa zwei Minuten. Es sei denn, Sie sind sehr sportlich. Dann können Sie nämlich die 455 Stufen bis zum Turm auch zu Fuß steigen. Das dauert natürlich etwas länger. Maximal 35 Personen können im Aufzug mitfahren. Aber wie ich gesehen habe, besteht Ihre Gruppe nur aus 32 Personen. Sie können also alle mitfahren. Von der Bergterrasse, wo wir aussteigen, nehmen wir dann den Turmlift zur Ebene 3 der sogenannten Panorama-Terrasse. Da befinden wir uns 250 Meter über Innsbruck und haben einen fantastischen Blick über das Inntal und die Tiroler Berge. Auf Ebene 2 ist das Panorama-Restaurant Café im Turm. Auch hier erlauben Ihnen die raumhohen Glasfronten einen einzigartigen Panorama-Blick. Auf der linken Seite vom Eingang sehen Sie die Absprungplattform für die Skispringer. Im Café sind übrigens bis zu 120 Sitz- und 20 Stehplätze vorhanden. Wir dürften also locker alle einen Sitzplatz finden, um unser Frühstück zu genießen. Rechts vom Eingang befindet sich auch ein kleiner Shop, wo Sie sich mit Andenken an Ihren Ausflug versorgen können. Also, meine Damen und Herren, auf geht's! Teil 3 Sie hören nun ein Gespräch. Sie hören das Gespräch einmal. Dazu lösen Sie sieben Aufgaben. Wählen Sie Sind die Aussagen richtig oder falsch? Lesen Sie jetzt die Aufgaben 16 bis 22. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Sie hören Sie. Sie hören das Gespräch im Ausflug. Jetzt hören Sie die Ausflug machen. Nein, es ist keine Ausflug. Aber wenn Sie das Lust haben, können Sie die Ausflug. анн herum, als Sie. Sie sind an einer Bushaltestelle in einem Dorf bei Luzern und hören, wie sich zwei Jugendliche über Schulprobleme unterhalten. Sag, was ist denn los, Tim? Was machst du denn für ein Gesicht? Nicht? Heute ist Freitag. Tim, Wochenende. Keine Schule, Fussballspielen und die Geburtstagsparty von Laura. Ja, die Party ist gut und ein Geschenk habe ich auch schon. Und außerdem mache ich kein Gesicht. Ach nee, komm schon, Tim. Erzähl, was ist los? Mathe. Mathe? Was ist mit Mathe? Ach, du meinst deine Noten. Natürlich meine ich meine Noten. Mit den Noten schaffe ich die Matura nie. Aber hast du nicht erzählt, der Graf ist gut? Der Graf ist nett und sympathisch und fair und alles. Ja, aber wenn der was erklärt, verstehe ich überhaupt nichts. Letztes Jahr, als wir Frau Brunner in Mathe... Ich dachte immer, du fandest die Brunner furchtbar. Ja, aber die habe ich verstanden. Letztes Jahr fand ich Mathe einfach. Und dieses Jahr verstehe ich nichts. Es ist nur schrecklich. Tja, vielleicht brauchst du Nachhilfeunterricht. Das wäre gut, aber Nachhilfeunterricht kostet viel Geld. Dein Bruder ist doch sehr gut in Mathe, nicht? Ja, aber Leo studiert jetzt in London. Der kommt nur in den Semesterferien nach Hause und dann bleibt er auch nur ein paar Tage. Das hilft nicht. Hm, ja. Nachhilfe zu Hause ist teuer. Aber ich habe gehört, dass es in Luzern einige gute Nachhilfeinstitute gibt, die gar nicht so viel kosten. Ich weiss. Aber wie komme ich nach Luzern? Und vor allem, wie komme ich wieder nach Hause? Meine Eltern haben keine Zeit, mich mit dem Auto zu fahren. Nachmittags in die Stadt Rhein könnte ich mit dem Bus und dem Tram fahren. Aber abends, wenn der Nachhilfeunterricht aus ist, fährt der Bus nicht mehr. Hm, da hast du recht. Das geht nicht. Philipp, kann ich dich was fragen? Warum fragst du natürlich? Kannst du mir vielleicht helfen? Du bist doch so gut in Mathe. Was? Du meinst, dass ich dir in Mathe Nachhilfe geben soll? Ich weiss nicht. Na, wenn du nicht willst, ist auch okay. Geld kann ich dir sowieso nicht dafür geben. Nein, nein. Wenn, dann würde ich das natürlich nicht gegen Bezahlung machen. Wir sind doch Freunde. Was dann? Ich bin doch kein Lehrer. Ich weiss gar nicht, ob ich das kann. Wir können es doch probieren. Erst einmal bis zur nächsten Prüfung. Einverstanden. Und wann fangen wir an? Montag? Echt? Super! Danke! Teil 4 Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie acht Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. ... ... Energie, das ist die Aussagen 23 bis 30. zum Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Stadtteil Scharfbrücke Frau Anna Lorenz, die Leiterin des Heims, und Frau Kim Köhler, Soziologiestudentin, werden uns von einem sehr interessanten Projekt erzählen. Einen schönen guten Tag. Auch an Ihre Zuhörer. Guten Tag. Klagen über die Kluft zwischen den Generationen hört man immer wieder. Wir sind allerdings hier, weil wir genau vom Gegenteil berichten wollen. Nämlich vom harmonischen Zusammenleben von Jung und Alt unter einem Dach. Frau Köhler, Sie sind im Seniorenheim nicht zu Besuch, sondern Sie wohnen hier. Allerdings sind Sie erst 22 Jahre alt. Aus welchen Gründen zieht eine junge Frau wie Sie in ein Altenheim? Sie sind nicht der Einzige mit dieser Frage. Selbst meine Eltern staunten nicht wenig, als ich Ihnen von meiner Absicht erzählte. Aber wenn man bedenkt, dass in unserer Stadt, wie in fast allen Unistädten, der Wohnraum knapp und teuer ist, dann ist so eine Entscheidung durchaus verständlich. Wissen Sie, manchmal müssen Studenten sogar in Zelten und Sporthallen übernachten, bis sie eine Bleibe finden. Über 15.000 Studenten sind wir in diesem Semester. Mhm, klar. Frau Lorenz, können Sie uns ein bisschen mehr über das Modell Generationen-WG erzählen? Also, dieses Modell entstand im Rahmen des Projekts Wohnen für Hilfe. Ziel dabei ist, mehr Wohnraum für Studenten zu schaffen und gleichzeitig die Generationen einander näher zu bringen. Nun, in der Praxis sieht das so aus. Die Studenten wohnen hier und kümmern sich ein bisschen um die älteren Leute. Dafür zahlen sie dann nur eine niedrige Miete für ihr Apartment im Heim, nämlich 200 Euro monatlich, inklusive Nebenkosten. Das ist recht günstig. Und wie ich gehört habe, ist die Nachfrage sehr groß. Ach, das ist ja wohl verständlich. Wohnen die Studenten aber auch gern hier? Frau Köhler, sind Sie mit Ihrer Wohnsituation zufrieden? Und ob? Ich wohne in einem 20 Quadratmeter großen Apartment mit eigenem Bad und Balkon. Sowas könnte ich mir sonst nicht leisten. Tja, das klingt wirklich sehr attraktiv. Ist das eine Ausnahme, Frau Lorenz? Nein, nein. Alle Apartments in unserem Heim sind gleich groß und bieten auch alle das Gleiche. Also ein eigenes Bad, einen Balkon und eine Gemeinschaftsküche. Allerdings gibt es nur 18 davon. Mehr als 18 Studenten können wir also nicht aufnehmen. Und was genau müssen die Studenten tun, wenn sie hier wohnen? Können Sie uns ein bisschen darüber erzählen, damit sich unsere Zuhörer ein Bild davon machen können? Also ich persönlich gehe mit Herrn Steinert spazieren. Das ist ein 84-jähriger Herr. Ich organisiere seine Arzttermine und begleite ihn einmal im Monat zum Arzt. Andere Studenten bringen den älteren Leuten etwas bei. Zum Beispiel, wie man einen Computer und das Internet benutzt. Oder sie organisieren Kino- und Gesangsabende. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Sehr interessant. Und ehrlich gesagt, ich hätte nicht erwartet, dass sich ältere Leute für das Internet interessieren. Die sehen uns ja immer an Computern arbeiten. Das weckt natürlich Interesse. Stimmt. Jetzt habe ich eine Frage an Sie, Frau Lorenz. Wie viel Zeit benötigt ein Student für die Arbeit im Heim? Lässt sich diese Arbeit mit dem Lernen unter einen Hut bringen? Oder werden die Studenten dadurch sehr belastet? Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Es sind nur ein paar Stunden im Monat, im Durchschnitt acht. Es hängt natürlich auch von der Art der Beschäftigung ab. Aber in der Regel acht Stunden monatlich, so viel ist das nicht. Auch wenn man ein volles Programm hat, ist das problemlos zu schaffen. Wissen Sie, die Beschäftigung mit den alten Herrschaften sehen wir nicht unbedingt als ein Muss an. In meinem Fall ist sie so angenehm, dass die Zeit wie im Flug vergeht. Inzwischen verstehe ich mich so gut mit Herrn Steinert, dass ich ihn viel öfter besuche als vorgesehen. Überhaupt ist das für mich eine sehr positive Erfahrung. Und das höre ich auch von anderen Studenten, die keine einfachen Fälle haben. In einem Altersheim gibt es ja auch Leute, die zum Beispiel an Alzheimer leiden. Sie können sich vorstellen, das ist nicht immer problemlos. Frau Lorenz, wie können Sie sicher sein, dass ein Student in solchen Situationen richtig reagiert? Werden die Studenten vor ihrem ersten Kontakt mit den älteren Leuten irgendwie ausgebildet? Absolut sicher kann man nicht mal bei Profis sein. Es ist aber nicht so, dass wir die Sache den Zufall überlassen. Es werden Workshops organisiert, in denen die Studenten auf den Umgang mit Senioren vorbereitet werden. Da bekommen Sie eine Menge Informationen, was unter anderem Hygiene, Sicherheit und Umgangsformen betrifft. Dazu würde ich gern was sagen. Diese Workshops sind sehr hilfreich. Ich selbst habe da viel gelernt. Aber zu den wichtigsten Voraussetzungen gehören Toleranz und Geduld. Das muss man mitbringen, wenn man an so eine Aufgabe herangeht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich bedanke mich bei den beiden Damen für das sehr interessante Gespräch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Vielleicht fragen Sie sich, liebe Zuhörer, was die älteren Heimbewohner zu dem Projekt meinen. Deshalb haben wir eine kleine Umfrage unter den Senioren gemacht. Wir haben nach Meinungen zu dem Zusammenleben mit den Studenten und nach Erfahrungen gefragt und viele, viele verschiedene, oft rührende Geschichten gehört. Die Zeit reicht natürlich nicht aus, um alle diese Erfahrungen hier zu erzählen. Wir können aber mit einem Wort zusammenfassen, was wir erfahren haben. Die älteren Heimbewohner sind begeistert. Alle, aber wirklich alle, sind von diesem Projekt begeistert. Und hier verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Heute sind wir zu Besuch im Seniorenheim Abendruhe, im Stadtteil Scharfbrücke. Frau Anna Lorenz, die Leiterin des Heims, und Frau Kim Köhler, Soziologiestudentin, werden uns von einem sehr interessanten Projekt erzählen. Einen schönen guten Tag. Auch an Ihre Zuhörer. Guten Tag. Klagen über die Kluft zwischen den Generationen hört man immer wieder. Wir sind allerdings hier, weil wir genau vom Gegenteil berichten wollen. Nämlich vom harmonischen Zusammenleben von Jung und Alt unter einem Dach. Frau Köhler, Sie sind im Seniorenheim nicht zu Besuch, sondern Sie wohnen hier. Allerdings sind Sie erst 22 Jahre alt. Aus welchen Gründen zieht eine junge Frau wie Sie in ein Altenheim? Sie sind nicht der Einzige mit dieser Frage. Selbst meine Eltern staunten nicht wenig, als ich Ihnen von meiner Absicht erzählte. Aber wenn man bedenkt, dass in unserer Stadt, wie in fast allen Unistädten, der Wohnraum knapp und teuer ist, dann ist so eine Entscheidung durchaus verständlich. Wissen Sie, manchmal müssen Studenten sogar in Zelten und Sporthallen übernachten, bis sie eine Bleibe finden. Über 15.000 Studenten sind wir in diesem Semester. Mhm, klar. Frau Lorenz, können Sie uns ein bisschen mehr über das Modell Generationen-WG erzählen? Also, dieses Modell entstand im Rahmen des Projekts Wohnen für Hilfe. Ziel dabei ist, mehr Wohnraum für Studenten zu schaffen und gleichzeitig die Generationen einander näher zu bringen. Nun, in der Praxis sieht das so aus. Die Studenten wohnen hier und kümmern sich ein bisschen um die älteren Leute. Dafür zahlen sie dann nur eine niedrige Miete für ihr Apartment im Heim, nämlich 200 Euro monatlich, inklusive Nebenkosten. Das ist recht günstig. Und wie ich gehört habe, ist die Nachfrage sehr groß. Ach, das ist ja wohl verständlich. Wohnen die Studenten aber auch gern hier? Frau Köhler, sind Sie mit Ihrer Wohnsituation zufrieden? Und ob? Ich wohne in einem 20 Quadratmeter großen Apartment mit eigenem Bad und Balkon. So was könnte ich mir sonst nicht leisten. Tja, das klingt wirklich sehr attraktiv. Ist das eine Ausnahme, Frau Lorenz? Nein, nein. Alle Apartments in unserem Heim sind gleich groß und bieten auch alle das Gleiche. Also ein eigenes Bad, einen Balkon und eine Gemeinschaftsküche. Allerdings gibt es nur 18 davon. Mehr als 18 Studenten können wir also nicht aufnehmen. Und was genau müssen die Studenten tun, wenn sie hier wohnen? Können Sie uns ein bisschen darüber erzählen, damit sich unsere Zuhörer ein Bild davon machen können? Also ich persönlich gehe mit Herrn Steinert spazieren. Das ist ein 84-jähriger Herr. Ich organisiere seine Arzttermine und begleite ihn einmal im Monat zum Arzt. Andere Studenten bringen den älteren Leuten etwas bei. Zum Beispiel, wie man einen Computer und das Internet benutzt. Oder sie organisieren Kino- und Gesangsabende. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Sehr interessant. Und ehrlich gesagt, ich hätte nicht erwartet, dass sich ältere Leute für das Internet interessieren. Die sehen uns ja immer an Computern arbeiten. Das weckt natürlich Interesse. Stimmt. Jetzt habe ich eine Frage an Sie, Frau Lorenz. Wie viel Zeit benötigt ein Student für die Arbeit im Heim? Lässt sich diese Arbeit mit dem Lernen unter einen Hut bringen? Oder werden die Studenten dadurch sehr belastet? Verbrauchen Sie sich keine Sorgen zu machen, es sind nur ein paar Stunden im Monat, im Durchschnitt acht. Es hängt natürlich auch von der Art der Beschäftigung ab, aber in der Regel acht Stunden monatlich, so viel ist das nicht. Auch wenn man ein volles Programm hat, ist das problemlos zu schaffen. Wissen Sie, die Beschäftigung mit den alten Herrschaften sehen wir nicht unbedingt als ein Muss an. In meinem Fall ist sie so angenehm, dass die Zeit wie im Flug vergeht. Inzwischen verstehe ich mich so gut mit Herrn Steinert, dass ich ihn viel öfter besuche als vorgesehen. Überhaupt ist das für mich eine sehr positive Erfahrung. Und das höre ich auch von anderen Studenten, die keine einfachen Fälle haben. In einem Altersheim gibt es ja auch Leute, die zum Beispiel an Alzheimer leiden. Sie können sich vorstellen, das ist nicht immer problemlos. Mhm. Frau Lorenz, wie können Sie sicher sein, dass ein Student in solchen Situationen richtig reagiert? Werden die Studenten vor ihrem ersten Kontakt mit den Elternleuten irgendwie ausgebildet? Absolut sicher kann man nicht mal bei Profis sein. Es ist aber nicht so, dass wir die Sache den Zufall überlassen. Es werden Workshops organisiert, in denen die Studenten auf den Umgang mit Senioren vorbereitet werden. Da bekommen Sie eine Menge Informationen, was unter anderem Hygiene, Sicherheit und Umgangsformen betrifft. Dazu würde ich gern was sagen. Diese Workshops sind sehr hilfreich. Ich selbst habe da viel gelernt. Aber zu den wichtigsten Voraussetzungen gehören Toleranz und Geduld. Das muss man mitbringen, wenn man an so eine Aufgabe herangeht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich bedanke mich bei den beiden Damen für das sehr interessante Gespräch. Auf Wiedersehen. Tschüss. Vielleicht fragen Sie sich, liebe Zuhörer, was die älteren Heimbewohner zu dem Projekt meinen. Deshalb haben wir eine kleine Umfrage unter den Senioren gemacht. Wir haben nach Meinungen zu dem Zusammenleben mit den Studenten und nach Erfahrungen gefragt und viele, viele verschiedene, oft rührende Geschichten gehört. Die Zeit reicht natürlich nicht aus, um alle diese Erfahrungen hier zu erzählen. Wir können aber mit einem Wort zusammenfassen, was wir erfahren haben. Die älteren Heimbewohner sind begeistert. Alle, aber wirklich alle, sind von diesem Projekt begeistert. Und hier verabschieden wir uns von Ihnen, liebe Zuhörer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.